Hallo liebe Fußballfreunde, ja meine Prognosen, Vorschau und Tipp für das Drittligaspiel am 25. Spieltag. 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Das Derby. Der 14. gegen den 4. Hier schauen wir uns auch mal die aktuelle Drittligatabelle an. Ja, mit einem Sieg könnte 1860 München eventuell auf den 13. Tabellenplatz vorrücken. Ich gehe aber auch davon aus, dass München eh nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ja, der FC Ingolstadt kann mit einem Sieg auf den dritten Tabellenplatz vorrücken und wäre so wieder zumindest in den Möglichkeiten aufzusteigen. 1860 München war letzte Woche mit einem Punktgewinn bei Auer mit einem 0 zu 0 dann schon sehr glücklich. Immerhin ein Punkt auswärts. Ja, der FC Ingolstadt hat natürlich mit einem 2 zu 1 Heimsee gegen Dresden ein super Spiel gemacht und auch so ihren Tabellenplatz gesichert. So, der beste Torstilze bei 1860 München ist derzeit Schröter mit 6 Toren in der dritten Liga. Der erfolgreichste Torstilze bei Ingolstadt ist Yannick Mause mit 15 starken Saisontoren. Ja, dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen beider Teams an von 1860 gegen Ingolstadt. Ja, 1860 muss natürlich auf Philipp Steinert verzichten. Er sitzt gerade eine Rotsperre ab. Dazu fehlen noch verletzungsbedingt Winkler und Bangerta. Sonst kann der Trainer auf die volle Mannschaft setzen. Ja, der FC Ingolstadt kann soweit bis auf den Stürmer natürlich Testoret auf seine beste Aufstellung setzen. Dann schauen wir uns mal die letzten 6 Spieltage in der dritten Liga beider Teams an. Ja, die 60er letzten 3 Spiele unentschieden. Ingolstadt allerdings die letzten 2 Spiele gewonnen und ein unentschieden. Da könnte man schon sehen, dass Ingolstadt natürlich im Moment auf dem Tabellenplatz her besser drauf ist als 1860. Aber die 60er spielen zu Hause und mit einem starken Publikum. Schaut man sich die letzten 10 Begegnungen beider Teams an, da hat 1860 München 3 Mal gewonnen, Ingolstadt 5 Mal. Dazu kam es 2 Unentschieden von beiden Teams. Schaut man sich so die ganzen Infos an, wird es ein super knappes Derby, liebe Fußballfreunde. Was tippt ihr? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Mein Tipp für 1860 gegen Ingolstadt ist ein 2 zu 1 Auswärtssieg für den FC Ingolstadt. Ja, liebe Fußballfreunde, das war meine Prognose, meine Infos und mein Tipp für 1860 München im Derby zu Hause gegen FC Ingolstadt. Hat es euch Spaß gemacht? Dann danke ich schon mal für ein Like und ich danke euch schon mal für ein Abo für Werner's Gaming. Weil demnächst kommt auch Bundesliga dazu, 2. Liga und natürlich auch weiterhin die 3. Liga. Dann viel Spaß noch. Tschüss. 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 Tös切. Eheb. ası. Vielen Dank.